Was ich am meisten an meiner Arbeit liebe, ist es, wenn wir Patienten dauerhaft helfen können. Ich kann mich gut erinnern an einen Patienten, der seit vielen, vielen Jahren immer wieder anfallsweiseartige Herzrhythmusstörungen hatte, Herzrasen, Luftnot, sehr starkes Herzklopfen und Herzstolpern. Der kam dann zu uns und wir konnten durch einen sehr, sehr einfachen und leichten Eingriff mit einer ganz zielgenauen, punktuellen Katheterablation seine Herzrhythmusstörungen beenden. Der Patient ging es hervorragend, am nächsten Tag konnte er die Klinik bereits wieder verlassen. Und es geht ihm weiterhin sehr, sehr gut. Er hat nie wieder Herzrhythmusstörungen verspürt.